So schön sind Mandalas. Mit den Ravensburger Mandala-Designern lassen sich ganz einfach tolle Mandalas malen. Einfach das gewünschte Motiv aussuchen, nachmalen und die Schablone Pfeil um Pfeil weiterdrehen. Dann das Motiv ausmalen. Es gibt hunderte Möglichkeiten, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Mit der Mikroschablone können sogar Mandalas im Mandala gemalt werden. Den Mandala-Designer gibt es übrigens auch als Mini in der praktischen Box zum Mitnehmen. Und für die ganz kleinen Künstler ab vier Jahren gibt es den Junior-Mandala-Designer. Die besonders kindgerechten Materialien wie der Stift mit der robusten Spitze und die besonders großen Motive garantieren auch hier ein gelungenes Ergebnis. Den Mandala-Designer gibt es übrigens zu vielen tollen Themen. Ravensburger Mandala-Designer – kreativer Malspaß für groß und klein.